Der Himmel verfärbte sich langsam im Dämmerlicht des Abends. In einer Stunde wird die Sonne hinter dem Berg im Westen untergehen. Langsam müssen wir nach Hause, dachte Iris und blinzelte in den dämmernden Himmel. Es waren bereits drei Tage vergangen, nachdem sie Al kennengelernt hatte. Seitdem marschierten sie jeden Tag vor der Stadt Bastok aus zum Ödland von Gustaberg. Denn sie begleitete Al zu seinem Kampftraining. Zwar gab es in der Stadt einige Trainingsanstalten für Abenteurer, aber nichts war besser als praktische Kampferfahrung auf dem Feld. Anfangs blieben sie in Stadtnähe, allerdings erweiterten sie nach und nach ihren Aktionskreis und befanden sich nun auf einem kleinen namenlosen Hügel des südlichen Gustabergs. Er lag etwas näher bei der Stadt als jener Ort, wo Al von dem Goblin fast umgebracht worden wäre. Auf einer kleinen Hügelterrasse wuchsen ein wenig Gras und ein paar Bäume. An einer Ecke im Schatten eines Busches knieten die beiden und hielten den Atem an. »Schau da drüben! Das ist ein geeigneter Gegner für dich!«, flüsterte Iris L. zu, der neben ihr kniete. Drüben stand ein Schaf, das ruhig graste. Der ganze Körper des Tieres war mit dichtem Fell bedeckt. Am Kinn und am Bauch war das Fell so lang, dass es fast bis zum Boden reichte. So etwas war nur unter den wilden Schafen zu finden, die nie geschert wurden. Am Kopf jedoch hatte es kein Fell, sodass man sein schwarzes Gesicht erkennen konnte. Zu beiden Seiten des Schädels stand ein kurzes Horn hervor. Aufgrund seines unzähmbaren wilden Temperaments wurde es »stures Schaf« genannt. Normalerweise lebten grasfressende Tiere wie dieses Schaf in einer Herde. Doch dieses Exemplar, das sich vor ihren Augen in seine Mahlzeit vertiefte, war allein. Für ein wildes Tier war es ziemlich fett und groß. Es wog ungefähr so viel wie Al und Iris zusammen. Ab und zu hob das Schaf seinen Kopf, schaute herum und blökte. Eigentlich sollte es längst gemerkt haben, dass seine Artgenossen verschwunden waren, aber trotzdem wollte es nicht aufhören zu fressen. Ein ziemlich gefräßiges Schaf, das würde ihm jetzt zum Verhängnis werden. Kann ich es wirklich angreifen? Ja, aber sei dieses Mal bitte vorsichtig. Oh nein, dieser Tölpel! Al war bereits hinter dem Busch hervorgetreten und stürmte los. Mit hoch erhobenem Schwert rannte er direkt auf das Schaf zu. Zwar hatte Iris bereits den Schutzzauber, genannt Schutzra, auf ihn durchgeführt, aber bei Al war rein gar keine Strategie zu erkennen. Iris bedauerte bereits, dass sie ihm gesagt hätte, das Schaf wäre ein geeigneter Gegner. Auch das Schaf hatte Al jetzt registriert, aber es floh nicht. Als es bemerkte, dass sein Gegner allein war, rannte es nicht etwa weg, sondern stürzte sich auf Al. Oh je. Hinter dem Busch schlug Iris ihre Hände vors Gesicht. Was sich jetzt abspielen würde, konnte sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit Al in den letzten drei Tagen bereits vorstellen. Und zwar ziemlich genau. Vor ihren Augen wurde Al von dem Tier auf die Hörner genommen und dann mit größter Leichtigkeit hoch in die Luft geworfen. Al, der direkt vor Iris' Nase landete, warf sich herum und nahm eine Verteidigungsstellung ein. Dann stützte er sich mit einer Hand und richtete sich schnell auf. Eine Bewegung, bei der der Hölzerner Schild am linken Arm ihm nicht im geringsten behinderte. Als er aufstand, wies das Schwert in der rechten bereits wieder auf das Schaf. Anscheinend hatte er sich bei dem Sturz nicht verletzt. Iris hatte den Atem angehalten und stieß nun erleichtert die Luft aus. Sie machte sich wirklich Sorgen um diesen leichtsinnigen Burschen. Es war eigentlich unglaublich, dass er zwei Jahre älter war als sie. Aber wenigstens hat er gute Augen, knurrte Iris vor sich hin. Damit meinte sie nicht etwa, dass er besonders weit sehen konnte, sondern dass er in der Lage war, der Geschwindigkeit des Gegners zu folgen. Nur deshalb war er einer lebensgefährlichen Verletzung entgangen. Allerdings, wäre er etwas vorsichtiger gewesen, hätte ihn der Schaf erst gar nicht auf die Hörner nehmen können. Al umkreiste das Tier, machte ab und zu einen Ausfall nach vorne und stieß mit seinem Schwert nach dem Schaf. Immer wenn sein Schwert es berührte, blökte der Schaf. Iris wurde schnell klar, dass es seine Artgenossen rief. Das war schlecht, ganz schlecht. Iris trat aus dem Schatten des Busches, packte ihren Stock fester und fing an, Zauberworte zu mummeln. Das Gefühl, das sie beim Zaubern immer empfand, stieg in ihr auf. Es wanderte ihren Rücken empor, kanalisierte und bündelte ihre Zauberkraft. Über ihre Lippen flossen bereits die gereimten, kraftvollen Worte, die einer festen Reihenfolge gehorchten. Ich habe es schon so oft wiederholt. Sogar ohne zu denken kann ich es. Deshalb mache ich auch jetzt keinen Fehler. Es klappt ganz bestimmt. Ich mache keine Fehler. Ich darf einfach nicht. Ihren Blick fest auf das Schaf konzentriert, sprach Iris die Zauberformel zu Ende. In ihrem Kopf wurde es für einen Moment gleißend weiß. Ihre Kraft war knapp davor herauszukommen und explodierte fast. Ich führe jetzt den Zauber zerreißend durch, rief sie L. zu. Sie hatten vereinbart, dass er je nach verwendetem Zauber seine Kampftaktik ändern sollte. Diese Art von Zusammenarbeit klappte inzwischen ziemlich gut zwischen ihnen. Erledige es aber schnell, fügte sie noch überflüssigenderweise hinzu, bevor sie ihren Stock senkte. Das konnte sie sich einfach nicht verkneifen. Diese Schlafmütze. Glänzende Lichtkörner umschwebten das Schaf und drangen nach und nach in den massigen Körper ein. Die Bewegungen des Schafs wurden deutlich langsamer. Das nutzte L. sofort aus und wagte einen Schritt nach vorne. Er traf das Schaf direkt in die Seite und hiebte sein Schwert nach unten. Rasch zog L. das Schwert zurück und bereitete sich auf den nächsten Angriff vor, aber dieser Hieb war bereits tödlich. Bevor das Schaf aufschreien konnte, fiel es mit lautem Krachen zu Boden. »Sehr gut«, tönte L. und balte Trim fiel in die Faust. Ärgerlich über seinen zufriedenen Gesichtsausdruck sagte Iris, »Was hältst du hier sehr gut? Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst erst losstürmen, wenn ich den Zauber durchgeführt habe. Die Müdigkeit, die sie nach dem Zaubern jedes Mal ergriff, ließ ihre Worte noch schärfer klingen. »Aber du hast doch gesagt, das ist ein geeigneter Gegner.« Da dachte ich, ich kann ihn leicht besiegen. Ich war sicher, ich schaffe es. »Ah, deswegen also.« Iris bedauerte wirklich, es ausgesprochen zu haben. »Trotzdem, ich sage es dir noch einmal, du bist viel zu ungestüm. Onkel Max ist stark wie ein Bär und warte trotzdem immer, bis ich den Zauber durchgeführt habe.« »Ja, ja, du hast ja recht. Nächstes Mal werde ich mich daran halten.« Iris warf L., der säuerlich grinste, einen vorwurfsvollen Blick zu. »Ja doch, ich habe es ja verstanden«, beschwichtigte sie L. »Wer weiß, oh Mann, ich würde ja nicht sagen, wenn es mein Onkel wäre. Was denn?« »Na ja, ich gebe schon zu, dass Max ein ausgezeichneter Ritter ist, aber ich habe das Gefühl, du magst ihn wirklich besonders gern. Seit drei Tagen höre ich dich andauernd über deinen Onkel reden.« »Du Trottel«, entfuhr es Iris, da L. sie bei dieser Bemerkung angrinste. Dabei schlug sie L. mit ihrem Stock leicht auf die Brust. L. verzog schmerzverzerrt das Gesicht. Iris wollte schon einen bissigen Kommentar von sich geben, weil sie ihn nicht besonders stark geschlagen hatte. Dann fiel ihr ein, »Hast du dich etwa verletzt vorhin?« Schließlich war L. von dem Schaf auf die Hörner genommen worden. Er schaute genauer hin und bemerkte, dass seine Kleidung unter dem Brustpanzer etwas blutig war. »Wenn du verwundet bist, sag es doch gleich.« Hastig begann sie, die Zauberformel für »Heilen« zu beschwören. Aber L. unterbrach sie. »Wenn ich ihr ein bisschen Spucke drauf tue, wird es schon wieder...« L. schubste sie leicht und Iris fiel auf den Hintern. Ihre Wangen färbten sich in Sekundenschnelle rot vor Zorn. »Rede doch nicht solchen Unsinn!« schrie sie zwar, aber sie bemerkte, dass sie keine Kraft in den Beinen hatte und nicht nur die Beine versagten den Dienst. Der ganze Körper schien wie ausgelaugt zu sein. »Bleib ruhig sitzen, ich erledige das.« L. zog sein Kutschwirt aus der Scheide, die an seiner Hüfte hing. Es bereitete ihm sichtlich Mühe, das Schaf wegzuzerren. Schließlich absolvierte L. sein Training nicht nur zum Spaß. Die Lebensbedingungen in Bastok waren hart. Die Leute in der Stadt brauchten ständig Pelze oder Fleisch. Aber ins Ödland, wo die Tiermenschen lauerten, konnten sich normale Jäger nicht wagen. Es gab sogar Abenteurer, die lieber auf die Jagd gingen, als gegen die Tiermenschen zu kämpfen. Iris blieb auf dem Boden sitzen und beobachtete, wie er das Schaf zu seiner Stelle zog, wo es ihrem Blick verborgen war. Es machte ihr eigentlich nicht besonders viel aus, zu sehen, wie L. das Schaf zerlegte. Die Würmer waren eine Ausnahme. Die Wesen ohne Beine konnten sie einfach nicht leiden. Obwohl sie wusste, dass es ein Vorurteil war, bekamen sie sofort Gänsehaut. Iris stützte ihren Kopf auf die angewinkelten Knie, schloss ihre Augen und atmete tief aus. Vielleicht wäre es gar nicht mehr gegangen. Sie war sich nicht sicher, ob sie überhaupt noch genügend Energie gehabt hätte, das Heilen durchzuführen. Iris kam also vor, als ob Els Kraft unerschöpflich wäre. Sie wunderte sich sogar manchmal, dass sie überhaupt mit dem Schritt halten konnte. Der Zerreißen-Zauber hatte sie dicht an ihre Grenze gebracht. Vielleicht ist er deshalb schon losgestürmt, bevor ich den Zauber durchführen konnte.